ich finde trotzdem immer noch die idee mit hier können wir gleich mal ein stärkeres draus machen also hier mit den brandbomben das war eigentlich gar nicht so schlecht wir nehmen das und entscheiden uns jetzt hört er mal auf hier jetzt kommt der wieder das geht einfach nicht auf geht einfach nicht auf die scheiße alter da also noch eine heilung werde ich jetzt nicht riskieren da war es aber jetzt war eigentlich nur noch der da